Hallo, mein Name ist Carol und ich komme aus Österreich. Bitte liked und subscribed! Es wird dich vielleicht überraschen, aber in gewisser Weise existiere ich gar nicht auf diesem Planeten, denn meine Eltern haben meine Geburt nie registrieren lassen. An dem Tag, an dem ich geboren wurde, freuten sich Mama und Papa mehr darüber, dass sie vom Krankenhaus kostenlos versorgt wurden, als darüber, dass ich geboren wurde. Diese Hausschuhe sind so weich und bequem, die nehmen wir auch mit. Aber als der Arzt ihnen die Krankenhausrechnung mitteilte, war es, als verließen ihre Seelen den Körper. Noch in derselben Nacht haben sie mich aus dem Krankenhaus geschmuggelt, zusammen mit den anderen Dingen. Ich hatte auch zwei ältere Brüder, die die Lieblinge von Mama und Papa waren, aber zu mir waren sie immer am gemeinsten. Als ich drei Jahre alt war, nahmen mich meine Brüder mit in den Park und zwangen mich, mich auf die Bank mit dem Schild zu verkaufen zu setzen. Eine unheimliche Frau hätte mich fast mitgenommen, aber zum Glück kam ein Polizist. Was ist hier los? Wer ist dieses Kind? Alle rannten wie die verängstigten Hasen weg. Und als der Polizist mich nach Hause brachte, knallten meine Eltern ihm die Tür vor der Nase zu, anstatt ihm zu danken. Aber wie sehr ich mich von meiner Familie unterschied, merkte ich erst, als ich vier Jahre alt war. Eines Tages brachte Papa einen riesigen roten Samtkuchen mit nach Hause, von dem er uns alle winzige Stücke gab und den Rest wegstellte. Später am Abend kam ein hungriges Bettelmädchen zu uns. Es war nichts anderes im Kühlschrank, also gab ich ihr einfach den Kuchen. Hier, nimm das! Es sah aus, als hätte ich ihr den Tag versüßt. Aber zehn Minuten später rannten alle die Treppe hinunter, als Papa brüllte. Wo ist mein Kuchen? Wer hat ihn genommen? Hä? Ich will nicht mehr leben! Ich war verängstigt, um etwas zu sagen, aber in diesem Moment zeigte mein Bruder auf mich. Und Papa drehte durch. Du? Du hast meinen Kuchen gegessen? Hä? Nein, hab ich nicht! Ich hab ihm diesem armen, hungrigen Mädchen gegeben und... Was? Das ist ja noch schlimmer! Arme Leute können sich Essen aus dem Müll holen, oder? Gott, du bist so dumm! Und da wurde mir zum ersten Mal klar, dass es ein Verbrechen war, in meinem Haus nett zu sein. Danach gab mir meine Mutter nur noch die Essensreste meiner Brüder zu essen und alle Klamotten, die ich besaß, waren abgelegte Kleidungsstücke. Als ich sechs Jahre alt wurde, war ich so aufgeregt, in die Schule zu kommen, aber meine Eltern ließen meine Seifenblasen schnell platzen. Glaubst du, das Geld für die Schule wächst auf Bäumen? Und die Schule ist schlecht für dich? Sie könnten dir Manieren beibringen, das wollen wir nicht. Geh und lerne von deinen Brüdern! Brüder? Alles, was sie wussten, war zu lügen und von anderen Kindern zu stehlen. Also fing ich an, mich in ihr Zimmer zu schleichen und ihre Bücher zu stehlen. Aber ich konnte nicht lesen. Eines Tages, als ich unter einem Baum saß, kam eine obdachlose Frau vorbei und sagte, sie könnte mir das Lesen beibringen. Und einfach so begann sie, mir jeden Tag Unterricht zu geben. Eines Tages schmuggelte ich ihr ein paar Klamotten und Essen aus meinem Haus. Aber ein paar Sekunden später kam Mama wie ein Stier angerannt und stürzte sich direkt auf die arme Frau. Gib mir meine Kleider zurück, du dreckige Ratte! Ich werde dein Haus niederbrennen! Ich werde mir deine Familie holen! Ich habe weder ein Haus noch eine Familie, du Psycho-Hexe! Lass mich los! Mama ließ sie gehen, aber natürlich erst, nachdem sie ihr Hab und Gut zurückgebracht hatte und ich bekam Hausarrest. Ein paar Tage später kam Papa mit den süßesten Welpen aller Zeiten nach Hause und sagte, er hat das arme Ding auf der Straße gefunden. Aber als ich eines Tages mit den Welpen spazieren ging, sah ich überall an der Straßenecke das Verlorenposter. Ich habe ihn sofort zum Besitzer zurückgebracht und sie war überglücklich. Aber sobald ich zu Hause ankam, rastete mein Vater aus. Wo ist der verdammte Hund? Er ist weggelaufen! Hältst du mich für einen Idioten? Ich weiß, was du getan hast. Sag mir, wo ist jetzt der Hund? Ich hatte die Schnauze gestrichen voll. Okay, gut. Ich habe ihn zu dem Besitzer zurückgebracht. Das war richtig. Bist du verrückt? Der Hund war Tausende von Dollar wert. Ich habe ihn gestohlen, um ihn zu verkaufen. Siehst du nicht, dass du einfach nur böse bist? Was ist mit dir los, Dad? Das Einzige, was in meinem Leben nicht stimmt, bist du. Vielleicht haben wir im Krankenhaus das falsche Kind aufgegriffen. Denn du kannst nicht meine Tochter sein. Du bist so eine Peinlichkeit. Ich brach in Tränen aus und rannte aus dem Haus. Meine Eltern waren so gemeine Idioten. Ich lief stundenlang durch die Dunkelheit, bis ich auf einen Mann stieß, der am Straßenrand stand. Er sah so schmerzhaft aus. Sir, sind Sie okay? Brauchen Sie Hilfe? Ich rief den Notruf und der brachte ihn sofort in die Notaufnahme. Ich wartete, bis die Ärzte mir sagten, dass es ihm gut geht. Wir unterhielten uns noch ein bisschen und ich erzählte ihm von meiner verrückten Familie. Dann ging ich wieder nach Hause. Aber ein paar Tage später klopfte derselbe Mann an unsere Tür. Hallo? Ich suche nach diesem netten Mädchen. Oh, Sie müssen von mir sprechen. Freue mich, Sie kennenzulernen, Sir. Doch dann schob der Mann alle beiseite und kam auf mich zu. Ich bin dir so dankbar, dass du mein Leben gerettet hast und ich möchte es wieder gut machen. Ich werde dich adoptieren und dir eine bessere Ausbildung ermöglichen. Wow! Schule und Freunde? Das würde toll werden! Natürlich habe ich Ja gesagt. Und plötzlich tat meine Eltern so, als ob ich ihr Herz und ihre Seele wäre. Unsere wunderschöne Tochter ist wie Luft für uns. Wir können ohne sie nicht leben. Wenn sie sie adoptieren wollen, müssen sie uns auch adoptieren. Aber sobald der reiche Mann ein Scheck aus seiner Tasche holte, stießen sie mich zu ihm und schnappten sich den Scheck. Der reiche Mann nahm mich mit in sein Haus, das buchstäblich so groß war wie mein ganzes Viertel. Ich hatte mein eigenes Zimmer und ich konnte essen, was ich wollte. Ich konnte endlich mädchenhafte Kleider und tragen. Wow! Ich freute mich auch darauf, endlich zur Schule zu gehen. Alle behandelten mich sehr nett. Vielleicht, weil ich jetzt reich war. Aber ich war zu allen nett und in kürzester Zeit war ich bei meinen Freunden und Lehrern beliebt. Einmal kam das beliebteste Mädchen der Schule zu mir und sagte Ich habe gehört, dass wir bei dir Netflix gucken können, weil es in dieser blöden Gegend blockiert ist. Oh ja, mein Vater hat Fireguard VPN und Netflix freigeschaltet. Wir können gucken, was wir wollen. Cool, ich liebe dich jetzt schon. Alles war gut, bis ich eines Tages, als ich in der achten Klasse war, in der Aula eine Rede hielt, als ich plötzlich Schreie hörte. Carol, meine Tochter! Carol, ich bin's, Papa, hier! Mama? Papa? Oh mein Gott, was war da los? Sie schrien meinen Namen und wurden von den Sicherheitsleuten gejagt, während sie auf mich zurannten und die Kinder zertrampelten. Was macht ihr denn hier? Mama brach in Tränen aus und dann umarmten mich beide so fest, dass ich fast erstickte. Alle im Saal haben uns angestarrt und fingen an zu lachen. Ich zog sie heraus und fragte sie, was los sei. Oh Schatz, wir sind jetzt so arm, deine Brüder. Sie haben unser Haus verkauft und sind mit dem ganzen Geld abgehauen. Wir können jetzt nirgendwo mehr hin. Wollt ihr uns nicht bei euch wohnen lassen? Natürlich, unsere Tochter hat ein Herz wie ein Wal. Sie wird uns gerne bei sich wohnen lassen. Es tat mir sehr leid, sie so zu sehen. Und auch wenn sie gemein zu mir waren, konnte ich sie nicht auf der Straße leben lassen. Der reiche Mann war geschäftlich unterwegs, also ließ ich sie eine Zeit lang bei mir zu Hause wohnen. Aber später in der Nacht hörte ich seltsame Geräusche in meinem Zimmer. Und dann packte mich jemand am Bein. Ich hätte fast einen Herzinfarkt. Herzinfarkt. Mama, was machst du denn hier? Oh, ich habe nur nach dem Waschraum gesucht. Dieser Ort ist so riesig. Ich hätte mir fast eingepinkelt. Aber schau dir dein Bett an. Es ist so weich und flauschig. Willst du es nicht mit mir teilen? Ähm, klar. Und auch bevor ich was sagen konnte, warf mich Mama aus meinem eigenen Bett. Der nächste Tag war ein absoluter Albtraum. Mama war von Kopf bis Fuß in Schmuck gekleidet und kommandierte alle Dienstmädchen herum, als wäre sie die Besitzerin des Hauses. Mama, was machst du denn da? Der Schmuck gehört der verstorbenen Frau, des reichen Mannes. Du kannst ihn nicht tragen. Natürlich kann ich das, Schatz. Es ist ja nicht so, dass die arme Frau aus dem Grab steigt, um ihn zurückzubekommen. Und dann kam Papa in seinem Nachthemd aus dem Zimmer des reichen Mannes. Papa, das ist nicht dein Zimmer und zieh die Sachen bitte aus. Oh je, erinnerst du dich nicht, dass du die Kleider deiner Mutter der armen Frau auf der Straße gegeben hast? Jetzt bin ich die arme Frau. Außerdem hat dein neuer Vater tonnenweise davon. Ich bin mir sicher, dass er nichts dagegen hat, wenn ich mir eins nehme. Oh, sie waren so nervig. Es war schon spät dran, also eilte ich zur Schule. Später am Abend, als ich nach Hause kam, hörte ich seltsame Geräusche. Ich schlich mich in das Zimmer des reichen Mannes und sah, wie meine Eltern versuchten, sein Safe zu knacken. Ha, ich kann nicht glauben, dass dieses dumme Mädchen, sie ist so dumm, dass sie einfach auf unsere Krokodilsdrehen reinfällt. Ha, ich wusste vom ersten Tag an, dass sie eine Verliererin ist. Sie hat mein letztes Stück Kuchen an einen Bettler verschenkt. Oh, hör mir auf mit dem Kuchengeheule. Um Gottes Willen, das ist sieben Jahre her. Wie bitte? Sie haben mich die ganze Zeit veräppelt? Ich kam mir so dumm vor, weil ich in eine Falle getappt war. Aber jetzt war es soweit. Ich konnte ihre Habgier nicht mehr ertragen. Das war's, Mom und Dad. Ihr sollt das Haus sofort verlassen. Was? Oh, Liebling, das ist... Nein, ich will nichts davon hören. Nein, ich dachte, ihr hättet euch geändert, aber ich bin euch egal. Es geht euch nur ums Geld. Das ist das letzte Mal, dass ihr mich zum Nachhen gehalten habt. Geht einfach. Jetzt, wo du Geld hast, denkst du, du wirst allmächtig und könntest uns rumkommandieren. Wir wollten auch nicht mehr mit dir leben. Wir gehen heute Abend. Das reicht jetzt. Ich rufe die Polizei. Hat sie nicht gesagt, geht sofort? Es war der reiche Mann. Er war von der Reise zurück und der Blick in seinen Augen war wütend. Du hast meiner Tochter schon genug wehgetan, Carol. Wenn es jemand anderes gewesen wäre, wäre er bereits im Gefängnis. Aber sag mir, was willst du tun? Ich schaute in ihre bösen Gesichter und meine Augen wurden feucht. Ihr seid schrecklich und ihr verdient es, ins Gefängnis zu gehen. Aber ich will nicht diejenige sein, die euch hinschickt. Geht einfach weg und kommt nie wieder. Wenn ihr jemals in meine Nähe kommt oder mich kontaktiert, werde ich selbst die Polizei rufen. Der reiche Mann ließ den Sicherheitsdienst bitten, sie Eltern aus dem Haus zu werfen. Du, du bist eine Göre. Du bist nicht meine Tochter. Du bist der Satan. Ich hätte dich einfach im Krankenhaus lassen sollen. Nein, meine Juwelen. Mein Schatz, bitte lass mich einen mitnehmen. Ich fühlte mich so schrecklich, dass sie sich bis zum Schluss nur ums Geld kümmerten. Aber dann umarmte mich der reiche Mann und tröstete mich. Jetzt gab es nur noch ihn und mich. Endlich. Ich bin meine vergifteten Eltern losgeworden und hab's auf die harte Tue gelernt, dass nicht jeder es wert ist, dass man ihm hilft. Und ich hatte jetzt meinen neuen Vater, der meine Familie war. Es gab es nur noch nicht überraschend. Und ich bin ja. Und ich bin ja. Und ich bin ja. Vielen Dank.